Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 25. Februar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1169 und heute mit den folgenden Themen. Google Reels, One Password, Google Pay, AVM, Motorola, Pocket und Pure Book Pro. Ich starte gleich mal mit dem ersten und zwar Google, genau gesagt Google Hangout, der jetzt wirklich rausgehängt wird und ersetzt wird, nämlich durch den Google Chat. Zumindest wenn man Google Workspace nutzt. Die privaten Kunden, Kunden, Kundennutzer sind davon nicht betroffen. Man wird ab ca. 22. März, dann beginnt die Migration vom Ganzen, darauf hingewiesen, dass man eben das Ganze portieren kann. Dann wichtiger Hinweis, man kann nicht wieder zurückportieren, aber im Laufe der Zeit werden das dann als dringlich erklärt, respektiv es gibt dann sowieso kein Zurück mehr und man dort darf, Schrägstrich, muss in Richtung Google Chat rüber gehen. Mal schauen, wie lange dieses Google Chat dann bleiben wird. Facebook Reels. Vor zwei Tagen hat Facebook, der Mutterkonzern Mark Zuckerberg, einen kleinen Facebook Post gemacht, über den ich per Zufall gestolpert bin. Und da hat er gesagt, Reels sei das Beste, was es aktuell gibt im Bewegbild und sowieso auf der Plattform von Meta. Und deshalb kommt das Ganze jetzt für alle in Richtung Facebook. Das heisst, ein jeder von euch kann Hochkant-Videos zwischen 60 und 30 Sekunden, respektive 30 Sekunden lang aufnehmen und generieren. Ein bisschen remixen, ein bisschen rumblödeln, ein bisschen was Gescheites erzählen, was auch immer ihr da tut. Ihr könnt das Ganze jetzt eben auch tun. Ich freue mich schon auf viel mehr Bewegtbild-Content auf Facebook. Ich bin ja da fast gar nicht mehr drin. Somit tangiert mich das nicht wirklich. Aber solltet ihr es nutzen, lasst es mich gerne wissen. Und wenn ich endlich dann irgendwann mal dazukomme, meine ganzen TikToks zu machen, die ich mal irgendwann wollte, dann werde ich das natürlich auch auf den anderen Plattformen, die hochkant können, ausspielen. Macht ja Sinn, das möglichst breit zu streuen, wenn man es dann schon tut. Oder auch nicht. OnePassword, die springen auf den Zug auf, nämlich der der NFTs, die Kryptowährungen. Mit Kryptowährungen kann man ja unter anderem NFTs kaufen, so rums. Und da gibt es immer wieder mal unschöne Geschichten von Sachen, die eben dann verloren gehen oder geklaut werden etc. Ich glaube, wir hatten es gerade vor ein, zwei Tagen mal in einer Episode mit drin, wo es eben genau um dieses Thema geht. Deshalb bindet jetzt OnePassword das Phantom Wallet. Ein Wallet ist ein Tool, quasi ein Stück Software, das euch erlaubt, eure Kryptowährungen zu bunkern, so dass eben niemand anders dazukommt. Und das integriert OnePassword jetzt. Ich bin schon mal gespannt, welches das nächste Wallet sein wird, welches OnePassword mit integriert. Ein Dienst, den ich nicht mehr missen möchte. Bei den You-Nutzerbestimmungen hat es eine Neuigkeit gegeben. Und jetzt überlege ich gerade, habe ich euch davon schon berichtet? Ich glaube es fast in der vorletzten Folge. Es könnte sein. Falls es so ist, dann genau. Ne, habe ich nicht. Das war wiederkehrendes Investieren. Ja, jetzt habe ich es wieder. Gut, beim Fintech You gibt es eine Möglichkeit, dass bald Google Pay kommen wird. Sie schreiben in den neuen AGBs, die man zu akzeptieren hat, dass es Google Pay und Co. in Kürze kommen wird. Und Co., ob da Apple Pay dabei ist oder Google Samsung Pay, respektive dann vielleicht noch Garmin Pay und sowas reinkommt. Und oder eben Apple Pay auch gleich. Wir werden es sehen. Bald wissen wir mehr darüber. Dann hat Motorola ein neues Smartphone vorgestellt. Nachdem sie im letzten Herbst, ja da war ich im Herbst an dem Event, offiziell wieder in die Schweiz zurückgekehrt sind mit dem Motorola Edge 20 Pro, war das damals glaube ich. Kommt jetzt das Motorola Edge 30 Pro. Was kann das besser, was kann das mehr? Es hat den aktuellsten Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor mit drin, mit dem integrierten 5G-Modem. Es hat leider keine eSIM, es hat aber Bluetooth 5.2, WiFi 6e und so weiter. Schnellstes DDR5-RAM sowie auch ein schneller Speicher auf UFS 3.1-Basis. Also eigentlich ziemlich vieles, was toll klingt, bis eben auf die fehlende eSIM. Und es kommt circa im nächsten Monat dann auf den Markt. Wir dürfen gespannt sein, vielleicht werde ich es mir mal ein bisschen genauer anschauen. Bei Pocket, im Dienst, der wie der von, ach wie heisst er jetzt schon wieder, Instapaper und ähnliche sind, also wo man sich Dinge abspeichern kann im Internet, der gehört ja schon ein bisschen länger zu, wie heisst es nochmals, Mozilla, genau, dem Mutterkonzern hinter Firefox. Und die integrieren das Ganze jetzt ein bisschen stärker. Man kann sich jetzt nämlich, oder man darf sich in Zukunft mit dem Konto von Firefox anmelden, also Mozilla-Account braucht man, um eben dann nachher den Dienst von Pocket weiterzunutzen. Aktuell kann man das freiwillig tun, spätestens passiert es am 30. Juni. Somit, wer Pocket nutzt, sollte mal das Ganze zusammen migrieren, ansonsten ein neues Konto anlegen und dann migrieren. Je nachdem, wie ihr es tun möchtet, hat einen grossen Vorteil, dass ihr nachher bessere Sicherheit habt und auch eine Two-Factor-Authentification. Also, warum sollte man das nicht tun? Nokia vergibt ja gerne seinen Namen, damit es mehr Produkte unter dessen Dings gibt. Zum einen haben sie ja an HTML Global die Lizenz vergeben, um Smartphones zu passen. Sie haben auch Fernseher rausgebracht unter eben die Streamview-Fernseher. Auch da haben sie Lizenzen verscherbelt. Und jetzt verscherben sie weitere Lizenzen, und zwar an eine Firma, die die Nokia Pure Book Pro vertreiben wird und basteln wird, logischerweise auch. Was ist das? Das ist ein Laptop. Es ist silbrig, es ist rot, es hat unten Füsse. Es schaut von vorne aus wie... Ja, lassen wir das Thema. Aber ja, es ist ein Laptop. Es kommt von Nokia. Man sollte es sich mal anschauen, weil es ist irgendwo zwischen 699 und 799 Währungseinheiten. Somit preislich vielleicht für den einen oder anderen interessant. Mal schauen, wie das da dann funktioniert. Läuft natürlich mit Windows 11 und hat alles so drin, was man aktuell so drin haben möchte. Zumindest eben im Mittelbereich. Also eben nur 8 GB RAM und eine 512 GB grosse SSD etc. Aber die sind zumindest ausbaubar. Zumindest der Arbeitsspeicher. Dann hat auch vorgestellt, und das ist dann die letzte News für heute, AVM während der MWC, nämlich die neue Fritzbox 5590. Eine Fiberbox, das neue Flaggschiff unter den Fiberboxen mit Wi-Fi 6. Mit allem, was man drin haben möchte. 2,5 Gigahertz LAN-Parts sowie 4 Giga-Netzwerk-Parts und USB-Steckplätze. Und natürlich auch die Möglichkeit von analogen Telefonen anzubinden oder eben Voice-over-IP-Diensten. Ein cooles Gerät für all diejenigen, die mit Fiber unterwegs sind. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Für all die es verpasst haben, gestern durch den Tag hindurch kam eine Spezialfolge raus zum Oppo-Event, was gestern abgehalten wurde. Da wurde ein neues Telefon, Kopfhörer und ein, was war das dritte? Ach ja, so ein Verbal vorgestellt. Wer also noch nicht gehört hat und möchte, der darf das gerne tun. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen und erholsamen Tag. Geniesst das Wochenende und wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.